Musik Wie fanden Sie die Stimmung in den letzten zwei Tagen? Also ich bin ja heute einen Tag da. Meine Mitarbeiter waren gestern da. Ich muss sagen, die waren gestern sehr begeistert, haben viele gute Gespräche geführt. Nicht nur mit Mitgliedern von der Kreis, sondern es waren auch interessenten Leute da, die sich einfach über den Verbund informiert haben. Ich finde, nachdem wir jetzt auch einige Österreicher hier hatten, ich habe gerade meinen Schweizer Geschäftsführer da gehabt, den österreichischen Geschäftsführer, Mitglieder aus Österreich, Lieferanten aus Österreich und ich war erstaunt darüber, wie viele Hersteller hier ausstellen und wie viele auch Händler hierher kommen. Ich war richtig erstaunt. Das ist toll. Kompliment. Nachdem ich ja viele Händler kenne und so weiter, sah ich sehr kompetente, große Handelsunternehmen, gute Küchenspezialisten, von denen ich es nicht erwartet hätte, dass sie hierher kommen, sind gekommen und haben, schauen Sie um. Auch darüber war ich nicht nur überrascht, sondern bin begeistert. Das ist schön, weil dann lohnt sich auch natürlich unser fantastischer Stand, den wir gemeinsam mit der Fachhochschule in Coburg auch gemacht haben. Das ist schön, dass wir jetzt hierher kommen.